Musik Wenn Leute in Seenot sind, dann fragt man nicht nach der Religion. Man hilft. Musik Nirgendwo und nirgendwann war sich Trollmann so sicher vor feindlichen Attacken wie während des Kämpfens im Ring. Hier war er unangreifbar, weil vor dem Leder alleine das zählte, was man konnte und nicht irgendwelche Herkünfte oder Rassen. War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum, noch stundenlang, wartete auf Bumerang. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020